Und damit willkommen zurück. Müsste alles passen. Sehr schön. So. Also, wir haben diesen Angriff erfolgreich abgegeben. Wow, da kommt nochmal was. Dann warten wir. Dann... Dann warten wir. Also, wenn er denkt, hier nochmal angreifen zu gehen... Na, viel Spaß. Vergiss das. Keine Chance. Er mag mich auch nicht besonders. Nee, nee. Wenn er hier hochkommt, ist er ganz blöd. Das wäre nett. So, ich baue hier nochmal einen Handelsposten. Passt nämlich da... Oh, da passen ja richtig viele Handelsposten. Warte, warte, warte. Ich muss überlegen. Brauche ich... nochmal eine Raffinerie. Ich glaube, ich baue hier nochmal eine Orbitale Raffinerie. Was hier alles hingeht. Wieso kann ich denn hier so viel bauen? Warte die Schlacht ein. Was geht denn da ab? Bewohnbares Hüllensystem. Ja, ist nice. Aber logistische Plätze 40. Bringen zwei Übertragungszentren was? Das probiere ich vielleicht aus. Keine Ahnung. Mal schauen. Phasensprung auf mein Signal. Und hier ist es bei 28. Hier sind die logistischen Plätze auch bei 28. Hier sind sie bloß bei 16. 28. Da geht noch was. Okay. Und hier nicht. Aber warum hier? Was hat der für Besonderheiten? Der hat bewohnbares Hühlensystem. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Maximale Bevölkerung 15. Was auch immer das heißt. Logistische Plätze. Raum-Mil. Will ich das Wohlwollen der Unity gewinnen? Nö. Ich mach das jetzt einfach mal. Obwohl es sehr dämlich ist, aber zu spät. Zu spät. Du bist mir voll egal. Du hast Krieg gegen mich geführt und jetzt willst du Geld vergiss es. Was für ein Blödkopf. So. Übrigens. Ich brauche auch hier noch das da. Und noch eine Reparatur. So. Keine taktischen Plätze mehr verfügbar. Naja gut. Hier haben wir noch taktische Plätze. Nicht ausreichende Metalle. Na jetzt aber. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Keine taktischen Plätze. Das ist ein bisschen schade, aber ich will halt wenigstens einen Grundstock an... Piraten sind unterwegs. An Verteidigungszeugs haben. Bauwerk komplett. Das braucht es einfach. Kommsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ja, der soll sich bloß hertrauen. Bauwerk komplett. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja, viel Spaß. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Und wieder keine taktischen Plätze. Hä? Doch. Das muss gehen. 18 braucht er. Naja gut. Kann ich mir jetzt auf Masse eh nicht leisten. Also von denen her spielt das... Wir sind bereit. Bauwerk komplett. Komm Link online. Unterwegs. Phasensprung auf mein Signal. Einer unserer Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Ja, soll er nur machen. Viel Spaß. Bauwerk komplett. So, meine Flotte baut auf der Strategie auf, vorne eine Linie mit Geschwader zu haben. Also mit lauter, mit lauter Kampffliegern, die sich durch Fähigkeiten schnell aufbauen lassen. In der Schlacht, während ich hinten eine ganze Batterie an Raketenfregatten habe, die die Gegner bombardieren und dazwischen halt dann die Schlachtkreuzer und die dicken Dinger. Das ist mein Ziel. Das ist meine... Das ist mein Vorgehen. Das ist meine Strategie. Meine Taktik. Oh ja. Das sollte eine gute Taktik werden. So, hier taktische Plätze. Was geht denn hier? Militär, Zivil. Bauwerk komplett. Hier geht's. Hier kann ich das Ding dann hinbauen. Nee, kann ich nicht. Ich brauche noch immer den Phasensprung in den Tor. Und ich brauche den Schildgenerator. Und dann geht's nicht mehr. Das ist halt meine Verteidigung. Ich meine, ich könnte die Gauss-Kanonen abreißen. Äh... 21, 18, 31, 39, Gauss-Kanonen. Ja, dann geht's gehen. Wenn ich über die Gauss-Kanonen abreiße, mache ich vielleicht auch. Mal gucken. Aber erstmal brauche ich das nicht. Das Ding ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier gucke, das Ding, ja, gestattet Nova-Lit-Kanone aus großartig-feindlichen Planeten zu bombardieren. Ist nicht schlecht. Finde ich aber auch nicht so, dass ich... Ich bin grad nicht wirklich überzeugt davon. Wow! Andererseits, warte mal, warte mal, warte mal. Wie schaut mir die Verteidigung aus? Phasensprung auf mein Signal. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Ich glaub, die Verteidigung hier ist grotzolide. Alle Geschütze bereit. Bereit. Wir sind bereit. 28, 30, 16, 32, 33, passt. So. Embargo. Ihre Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ist nicht schlecht. Raketenbatterie. Schilderneuerung. Auch nicht schlecht. Raketenbatterie. Upsi, jetzt hab ich einige gesetzt. Kolonisieren. Extraktionsrate. Bauwerk komplett. Ach, mit einer erhöhten Extraktionsrate geworfen. Das ist nicht schlecht. Aber eine höhere Trefferquote, die Schiffen. Phasensprung auf mein Signal. Man hat halt auch so viele Möglichkeiten, ne? Bei dem Spiel. Ich mein, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was man hier alles, also welche Richtungen man alle, alle gehen kann. Hinterkommando. Das ist nicht schlecht. Märtyrer. Das ist heftig. Was ist mit dem noch? Ihre Befehle, Kommandant. Ihr Freund und Helfer. Wir sind bereit. Okay. Passt soweit. Wer braucht Luftunterstützung? Ausgezeichneter Plan. Also ich bin jetzt wirklich erstmal nur am Aufbauen. Geld mache ich eh keins mehr. Ach, der kommt da durch das Wurmloch. Jetzt checke ich auch, wie der das da schafft. Da muss hier irgendwie ein Wurmloch sein. Und da... Der Blödkopf. Sammelt sich hier böse, wie er ist. Erwarte Befehle. Aber das macht nicht so viel. EMP-Ladung ist sehr nützlich. Magnetisieren. Oh, das ist stark. Das ist stärker. Wenn die keine Antimaterie mehr benutzen können. Also die ist so gebummst. Kurz checken. Aufnahme funktioniert. Puh. Naja, da habe ich immer noch so ein bisschen... Weil wenn es manchmal nicht klappt, dann ist das schon sehr ehrerlich. Vor allem, wenn man schon... Hälfte da irgendwie durch hat und dann... Alles nicht so toll. Da muss man dann immer, immer ganz genau gucken, wie das... Wie das eigentlich ausschaut. Ich werde versucht, wirklich hier einfach mal anzugreifen. Und das war's. Weil der sammelt sich schon wieder hier. Mach ich jetzt auch. Warte. Ich greif da an. Weil hier habe ich eine starke Seite. Wer? Du. Vergiss es. Du kriegst gar nichts. Kannst mich mal. Bei dem mache ich nix mehr. Der hat mich angegriffen. Der hat verspielt. Ach, du bist mir auch voll egal. Ich schiebe den Leuten nimmer Geld hinten rein. Wo es nicht sein muss. Nö. Einfach nur nö. Will ich nicht. Mach ich nicht. Tue ich nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Keine Chance. Keine Chance. Irgendwann muss auch mal gut sein. Was haben wir eigentlich hier? Wie kann ich helfen, Commander? Ah, meine Stufe erreicht. Ihre Befehle, Kommandant? Geschwaderführer hier. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Können sie das alles so machen? Joa. Kann was. Würde ich mal sagen. Kann definitiv etwas. Was soll zerstört werden? Zeit ist knapp. So. Was jetzt, Commander? Will gar nicht wissen, wie das abgeht, wenn ich da erstmal lauter Träger habe. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So, die springen. Hier müssten so viele Gegner sein, die haue ich alle in die Pfanne. Was jetzt, Commander? Das hier dauert ein bisschen lange, fällt mir gerade auf. Gut, ich habe auch nur eine Werft, ne? Das darf mich dann nicht wundern. Na gut. Ihr Freund und Helfer. So ist das eben. Phasensprung auf mein Signal. Können wir eigentlich noch irgendwas Nützliches forschen? Ah, ja. Hier geht noch ein bisschen was. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Langstreckenraketen, jup. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier in diesem Trümmerfeld hat. Ja, der hat sich hier ordentlich gesammelt. Schaut euch das mal an. Aber nicht mit mir. So. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Viele Raketenbatterien. Das dürfte der nicht schaffen, oder? Ah, guckt mal. Ich habe hier so einen Plänkler abgegriffen. Ah, schick. Schick, schick. Na, der schaut doch ganz gut aus. Der schafft das nicht. Karthul-Vernichter stirbt auch, weil der sammelt sich hier immer. Naja, kommen nur Scoute bloß. Hört mal her, ihr Flieger-Asse. Ist mir voll egal. Das wird so... Warte, warte, warte. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Inhibitor. Wo war man... Ah. Unsere Verstärkung dreht in die Schlacht ein. Naja. Keine Ahnung. Lass ich weg. Wir sind bereit. Hier ist natürlich eine wilde Schlacht. Wir freuen uns auf den Weg. Baugat komplett. Schlacht kreisen wir zurück. Airwing zur Verfügung. Für die Koalition. Wir freuen uns auf den Weg. Ich bin mal gespannt, ob ich das so überstehe, wie ich mir das hier vorstelle. Oder ob das hier gerade grob schief läuft. Aber eigentlich müsste das gut gehen. Zumindest gefühlt. Aber sicher kann ich mir da jetzt auch nicht sein. Der hat so viele hier Blödtransporter. Der hat eine ähnliche Strategie wie ich. Wir müssen alle weg. Und ein paar greifen hier vorne an. Aber es müsste gut für mich ausgehen. Bei mir ist halt noch viel auf 100% und so. Ich habe noch einen Exekutor abgegriffen. Jagdgeschwader. Bomberstaffel. Das geht schon ganz gut. Raketenbatterien gleich 18 Stück. Das ist nicht schlecht. Oder Raketenfregatte? Nee, Raketenbatterie. Stimmt schon. Und bei dem geht viel kaputt. Jagdgeschwader. Aggressor. Transportkreuz. Das hat halt 13, 15 Stück. Scheiniges. Aber nach und nach müsste ich die alle kaputt hauen. Ich kümmere mich darum. Ziel erfasst. Wattensysteme laden. Ziel erfasst. Verstanden. Bin am Gegner dran. Ja, Commander. Was ist das da? Schwerer Kreuzer. Komm, da hat feindes Anflug erfasst. Wer muss zurück? Commander an Deck. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Commander an Deck. Wer braucht Luftunterstützung? Feindliche Truppen sind eingetroffen. Airwing zur Verfügung. Definitiv eine größere Schlacht. Komm, Link online. Zeit ist knapp. Haben Sie vor Techcom. Definitiv ein größeres Crowd. Doomlord. Aber er haut ab. Er merkt schon, dass er hier keine Schnitte hat und haut ab. Sehr gut. Ihr Freund und Käfer. Ich werde nicht versagt. Gut. Das tat ihm hoffentlich mehr weh als mir. Was, wo? Nee, von Belarion kann man da nicht sprechen. Tagcom, bitte komm. Over. Airwing zur Verfügung. Cool. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. So, ich hole mir hier die ganzen Extraktoren, natürlich, die beiden. Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Ach, komm. Forschung abgeschlossen. Da bieten wir doch einfach mal ein bisschen mit, oder? Alle Geschütze bereit. Weil ich will nicht, dass die Piraten jetzt bei mir angreifen. Das brauche ich jetzt einfach nur. Und ich bleibe jetzt in dem Fenster, ist mir wurscht. Da bleibe ich jetzt so lange drin, bis das hier passt. Alle Geschütze bereit. Bis die Piraten ihn angreifen. Weil es andere interessiert, ne? Piraten sind unterwegs. Sehr schön. Forschung abgeschlossen. Läuft. Commander an Deck. Der hat die Commander gehört. Ist ja schön, wenn es läuft. So, hier wird immer noch gebaut. Was jetzt, Commander? Alle Geschütze bereit. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Wow. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Dass ich alles bauen kann. Dir mache ich gar nichts. Du führst dauernd Krieg gegen mich. Du hast Pech gehabt. Du hast verkackt. Das war das Ende. Keine Lust mehr. Alle Geschütze bereit. Weitere Forschung nötig. Wie war es, hä? Milizwaffen. Achso, ja. Mehr Kristalle benötigt. Mehr Kristalle benötigt. Ja, krieg mal was gleich. Komm schon. So. Und dann wollen wir mal. Bomber bereit. Ihr Freund uns hilft. So. Wir sind bereit. Wir sind jetzt. Da fehlen noch ein paar Träger. Ja, ein leichter Träger fehlt noch. Muss einer vernichtet worden sein. Ihre Befehle, Kommandant? Ah, ne, warte. Wir haben hier 13. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Getreu unserem Ziel. Äh. Muss ich gucken. Ihre Befehle, Kommandant? Kann ich jetzt so nicht sagen, ob das passt mit den Trägern. Allerdings ist jetzt hier ein ziemlich guter Punkt, um das Spiel abzuspeichern und zu beenden. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.